So, dann hallo und herzlich willkommen. Das hört sich ja richtig komisch an. Ihr hört Sounds bei dem Game? Ist keine Sounds bei dem Game? Ja. Doch. Ja, ganz, ganz leise. Ja, ich hab ähm... Zwei Strumpfhose. Die Strumpfhosen tatsächlich, die ähm... Ne, das ist, äh... Das ist tatsächlich auch eine sehr... Ich sag mal qualitativ hoch. Das ist ne Markenstrumpfhose und die hab ich auch schon sehr lang. Und die zieh ich auch sehr gerne an. Die hat eine super Bequemlichkeit. Oh, ich hab jemanden zerstört. Wir reden über Strumpfhosen. Ich zerstöre meinen Gegner, okay. So, gut so, red weiter. Obwohl, wir wollten ja eigentlich nicht in dieses Thema rein, ne? Müssen ja aufpassen. Jaaaa! Falls das ne Ballberührung war, war das gar nicht schlecht. Oh, äh... Wenn ich nehm's zurück. Wieso ist der Ball jetzt auf einmal da hinten? Oh, sorry. Oh Gott, ich bin ein Poff. Was, du bist gegen mich gefahren? Oh, schade. Ich glaub, ich kling grad aufs Maul. Jaaaa! 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 Die Richtung stimmt schonmal. Jetzt muss er nur noch ins Tor da rein. Jaaaa! 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 Und nix! So. Auf geht's! Ich hab mir noch keine Ahnung, was ich mach. Aber jetzt klappt. Das ist das, was im Fußball immer so ist. Das Runde muss in das Eckige. Jaaaa! Weiß ich nicht. Jaaaa! Jaaaa! Ich weiß, was du meinst. Meinst du das mit diesem Stachel-Modus? Ne, mit dem Körben. Achso. Ich lauf. Ich lauf. Das hat jetzt keinen. Hahaha. Ich bin grade dreimal mit dem Ball wieder rumgefahren. Ich hab den Ball angebalzt. Hahaha. Hey, Ball. Darf ich dich berühren? Hey, Ball. Ich lauf nochmal um dich. Hahaha. Oh mein Gott. Was mach ich? Oh mein Gott. Ähm. Ich werd nur von euch weggehauen. Hahaha. Ja, weil ich nicht wüsste, wo du hinfährst. Und deswegen bin ich erst mal vorgefahren. Oh! Warnung! Bei Inaktivität werd ich rausgeschmissen. Hä? Why? Hä? Ja, keine Ahnung. Ich bin inaktiv, ne? Ach, Mann. Ich glaub wahrscheinlich, weil ich zu wenig Ball-Berührung hab. Ah, ah! Nein! Ja! Nein! Oh! Ja, nein. Papa ist da! Papa ist da! Papa ist da! Lass das mal den Papa machen. Denn der Papa, der macht das gut. Warum, warum kenn ich das? Und woher kenn ich das? Das ist ein Song. Ja. Also ich, ich kann dir das sagen, warum ich den kenne. Und zwar hatte Dortmund damals einen Spieler, der hieß Sokrates Papastadopoulos. Oh Gott. Deswegen lass das mal den Papa. Papa hat doch mal Lust, ey. Ja. Ja. Lukas, das war einfach geil, Alter. Das war der Krieger vor dem Herrn, Alter. Ich zeige dir meine Zuneigung, okay? Das funktioniert bei mir so. Okay. Ja. Also wenn ich euch andotze, wisst ihr, dass ihr wundervolle Menschen seid. Hast du mich ganz doll lieb, das Game. Ja, du weißt doch, ich bin auch in real life so, da hab ich dich ja auch angedotzt. Schön in den Oberarm geboxt. Wollt ihr den mal da reinbringen? Ja. Ach man. Okay. Ähm. Ja, wie machen wir das? Wieso? Nein! Okay. LSS ist drin, ne? Ich hab's gemerkt, aber das ist das Falsche. Aber ich hätte ja auch irgendwie noch springen können, hab ich grad festgestellt. Okay. Solange ich XP für den Part kriege, ist alles okay für mich. Ich glaub ich hab gleich zu wenig, ich hab glaub ich wieder zu wenig Punkte. Aber vorhin hab ich ein paar XP bekommen. Ja, nein. Warum kann man in der Luft eigentlich nicht rückwärts fahren? Wie kann man denn in der Luft fahren? Warum kann ich nicht in der Luft rückwärts fliegen? Weil der Boost hinter dir losgeht und sich dadurch nach vorne drückt? Ja, dann brauch ich halt vorne auch Boost. Ihn hast du aber nicht. Das ist doof. Äh Leute? Danke. Alles gut, ich hab alles. Okay. 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 Ah! Ich hatte gerade Bock drauf. Das musste nochmal sein. Ich hab ihn nochmal kaputt gemacht. Aber nochmal gegen die Spiele ist. Das war relativ knapp oder muss man raus? Suchst du dir einen? Ja.